Das ist Tom. Tom hat eine unglaublich gute Idee, wie er die Welt verbessern kann. Aber er weiß nicht, wie er diese Idee umsetzen soll. Und ihm fehlen dazu auch die richtigen Kontakte. Deshalb bewirbt sich Tom an der Humboldt-Viadrina School of Governance. Denn dort bekommt Tom das nötige Werkzeug, um seine Visionen zu verwirklichen. Tom kann es kaum abwarten, die vielen Module wie Projektmanagement, Lernprozesse, Wissensgenerierung, Kreativität, Ethikstrategie, Evaluation, Legitimitäten, Kommunizieren, Kulturen, Prozesse, Bildung und, und, und zu studieren und zu diskutieren. Außerdem trifft er dort spannende Menschen aus allen Berufs- und Altersgruppen, die ebenfalls etwas in der Welt verändern wollen. Mit ihnen baut Tom ein Netzwerk auf, das ihn auch noch nach seinem Studium in vielen Projekten unterstützen wird. Nach seinem zweijährigen Studium hat Tom einen Master, ein Projekt und enorm viele interessante Kontakte aufgebaut. Worauf wartest du noch? Wir freuen uns auf dein Projekt. Alle nötigen Informationen erhältst du unter www.humboldt-viadrina.org